so und die jagd beginnt schauen wir also wir müssen jetzt wo müssen wir hin nach da schnell mal die eine kugel nachladen oh okay der musste weg feuer gefällt mir gar nicht die ganzen geräusche hier meine fresse hält ja viel aus gut munition ein bisschen geholt ein paar kugeln verschossen so wo müssen wir jetzt hin 60 grad ist da sind rahmen da hinten wie gesagt 60 grad ist ja immer noch da dank ja genau das ist ja okay wir müssen die spinne machen so wie es aussieht soja so sieht's aus wo sind hier die anderen spieler so 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 wo sind die anderen spieler ah ok man hört's wo 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 Nein, nicht da hoch. Die Frage, ob wir jetzt zu den Schüssen hinrennen, mal zu dem Hinweis. Geht drin jetzt in die Hörte oder? Ja. 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 Nein. Oh, Glück gehabt. Okay, die Spinne wurde jetzt hier gemacht. Oh Gott. Ja, nicht noch. Oh Gott, oh Gott. Schnell verbinden. Scheiße, die sind ja nur ohne, ey. Krälen, rechte Seite. Ja. Gerade hier rechts ein Basti hört. Scheiße. Ja. 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 Geht's nicht runter? Er ist noch hier. Ah, hier. Okay, so kann er nicht sein. Wird immer noch da sein. Sieht so aus, als wenn der die ganze Zeit da unten sitzt. Wirklich wartet. Dass er da runterkommt. Wirklich wartet. Wirklich wartet. Wirklich wartet. Wirklich wartet. Wirklich wartet. Wirklich wartet. Okay. Okay. Ist der hier gestorben? Ist er doch. Scheinbar. Okay. Okay. Ach, dann wurde er durch die Zombies, die hier unten waren und die ich jetzt hier oben erschossen hatte. Wo wurde der umgebracht? Alles klar. Jetzt müssen wir ganz kurz gucken. Wir müssen raus in Nord... Ungefähr in Nordosten. 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 Ähm... Jetzt kann ich mich mal ganz kurz umdrehen und gucken, ob hier oben wo er ist. Was? Ne, bis jetzt keinen gesehen. Drei Sekunden habe ich noch. Jetzt werden wir mal raus. Ich würde sagen, dann rennen wir mal raus. Ach, Rutsch. Ach, Rutsch. Der Squad. Das ist ja ein glücklicher Zufall. Dann hätte ich das schon lange holen können. Aber kannst du wenig da unten gesehen und dachte, okay, ja, komm, machst du lieber nicht. Ist natürlich die Frage, ob hier auf dem Weg hierher kann natürlich immer noch einer lauern. Und, äh, man. So ein bisschen links eigentlich, aber hier laufen wir nicht durch, sondern außen rum. Ja, das ist auf jeden Fall immer noch der richtige Weg. Kurz bevor wir dann da sind, werde ich nochmal die drei Sekunden da ausnutzen, um zu gucken, ob irgendwo noch ein Gegner ist in der Nähe. Und ich dachte, der steht da unten und wartet nur auf mich, bis ich hier um die Ecke komme. Und ich weiß, ja. Okay. Thanks. jetzt gucken wir nochmal hier zu sehen richtiger gewicht der weg drei sekunden sind echt schon lange hier zu warten 321 super mann 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 ja klar der wurde dann natürlich durch die zombies da unten getötet deswegen standen auch so viele und die dann runter gehen wollte in den keller natürlich erschossen macht natürlich sinn aber der höhenhund hatte echt Glück gehabt war war ja ein paar level hier wahrscheinlich ganz hätte ich noch die waffe freigeschalten gekriegt aber die brandbombe ist auch nicht schlecht sehr schön also ich bedanke mich für das zuschauen bin völlig durch wünsche euch noch einen angenehmen tag und bis zum nächsten mal